Die wichtigsten Hinweise, die du bei einem V-Server beachten solltest, jetzt in diesem Video. Hi, mein Name ist Niat. Um Fehler zu vermeiden, gibt es ein paar wichtige Hinweise. Der erste Fehler, der sehr oft gemacht wird, ist die Strong plus C-Tastenkombination. Viele kennen die Kombination, um beispielsweise einen Text zu kopieren. Doch wird die Kombination in Putty eingegeben, beenden sich Prozesse. Achte daher bitte, bei Putty musst du nur den Text mit der Maus markieren und schon hast du den automatisch kopiert, ohne Rechtsklick oder Strong plus C. Der zweite Fehler, der sehr oft gemacht wird, ist das Einfügen. Auch die Tastenkombination Strong plus V oder Rechtsklick einfügen ist in Putty nicht möglich. Um einen Text oder Befehl in Putty einzufügen, musst du lediglich einen Rechtsklick machen. Schon hast du deinen Befehl eingefügt. Wie du dich zu deinem V-Server verbinden kannst, habe ich dir bereits im vorherigen Video erklärt. Klicke auf das Subnail und du gelangst direkt zum Video. Hast du noch weitere Fragen, steht dir der MC Host24 Support zur Verfügung. Durch die Ergebnisse zu deinem V-Server verbinden. 술